Ein weiteres Kutzle habe ich gemacht, da ging es darum, dass man ja Schwaben auf der ganzen Welt trifft, auch ein neues Kutzle, dass man Schwaben auf der ganzen Welt trifft, sei es in China, sei es in Japan, Amerika, überall sind Schwaben. Und mir ist das passiert, ich habe auch eine Tournee gemacht, ich habe es ja vorher erzählt, Sintelfinger, Böblinger, Esslinger, und eine der Stationen war Shanghai. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Die Schanghaier haben mich engagiert und ich komme dann nach Shanghai und hocke in so einem Teestub und auf einmal höre ich vertraute Töne und folgendes Kutzle entsteht. Was denn denn ihr in Shanghai? I werd verrickt. Wer hat denn euch von Bernhauser rüber geschickt? I guck so blöd, weil es schier net glauben kann. Ihr denn trinkt Tee daheim, sollst zwätschgen unterdauern. Das ist geil! Das ist ein schönes Eindruck.